Ist es für mich ein Stück das aus so einer positiven Situation, in der es so eigentlich entsteht. Weißt du, es geht ja so sagen, was wie in der Liebe ist, oder wer hat die Welt an oder so. Alles ist im Arsch. Und hier ist halt nur so, pass auf, dass du einfach so bleibst. Also diese Liebe ja schon da. Es ist nur so, dass man sagt, darauf verzichten kann ich ja gar nicht. I'm 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 Weißt du, Untertitelung des ZDF, 2020